Zahle bist du und Kopfpil... Zahle... Okay, jetzt habe ich am Anfang... Also, Waldhof-Spieler der Aufstiegssaison 18-19 Also, jetzt quasi... Timo Kern... Den habe ich auch im Kopf... Maurice Hirsch... Valmir Soleimani... Mirko Schuster... Michael Schulz... Marco Schuster... Scholle... Christopher Geng... Gianluca Korte... Raphael Korte... Maurice Deville... Yannick Sommer... Maurice Naack... Konstantin Weiss... Kevin Konrad... Stimmt... Marcel Segert... Oh, das ist mein Wecker... Entschuldigung... Er ist der Weißenfels... Stimmt... Ehm... Munir Buzian... Mete Celik... Marcel Hofrat... Marco Meierhöfer... Dorian Diering... Oh Mann... Silas Schwarz... Wieviel fehlen noch... Sechs noch... Sechs noch... Sinisas Prekagowitsch... Jan Just... Jetzt fehlen noch vier... Vier Stück noch... Es sind sogar fünf... Hopp... Ja... Florian Flick... Jonas Weick... Wenn man die dazu zählt... Ja, okay... Wie viele hast du das... Zwei... Drei... Drei... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Wieso... Franz E... Ah... Ja... Okay... Anthony... Das der da überhaupt drinsteht... Witz... Anthony... Wir haben dich vergessen... Sorry... Ich hab dich extra vergessen... Okay... Punkt geht an dich... Ist okay... Okay... Also... 1-0... Nochmal flippen... Ne... Jetzt bin ich als erstes... Genau... Olympische Wintersportarten... Biathlon... Skispringen... Langlauf... Bobfahren... Heiss... Schnelllauf... Skeleton... Heiss... Kunstlauf... Alter... Zweier Bob... Ne... Das zählt net... Warum? Vierer... Es geht Vierer Bob und Zweier Bob... Das hast Bobfahren schon gesagt... Achso... 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 Ja... Gut... Okay... Darf man mal nicht mal ein Fehler einbauen... Ne... Das ist das Spiel... Ist es nicht mal ein Fehler... Okay... Okay... Dann... Top 20 ewige Bundesliga-Tabelle... Oh... Das bist du... Du darfst anfangen... Was? Ja... Was? Top 20 der ewige Bundesliga-Tabelle... Wer im Länkste drin war oder was? Es gibt der ewige Bundesliga-Tabelle... Achso... Die Punkte die geholt haben und so... Ja gut... Bayern... Dortmund... Schalke... HSV... Leverkusen... 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 Ähm... Ja... Das ist eine gute Question auf jeden Fall... Wer macht nur eine Leverkusen-Zahl, ne? Ähm... Witz... Wolfsburg... Gladbach... Mhm... Gladbach ist gut... Ahhhh, das war Gladdenbach. Fünf, vier, drei. Augsburg. Was? Wir. Schade, hätte es sein können. So, jetzt kommt was ganz spezielles für euch beide. Teams gegen die Raphael oder Gianluca Corte für den SV Waldorf getroffen haben. Ach du. Ich bin dran. Ich bin dran. Du hast Bayern. Ach so, stimmt. Fuck. Ähm, Sabrycken. Sechzig. Ja, das war gut. Ähm, der hat nicht so viele Tore gemacht. Das ist ja unfair. Ja, du kannst doch auch da einen Sorge gehen, die du... Ach, ich? Ach, für mich? Ach so, Steinbach. Ey, das war Frankfurt. Ich hab mich getroffen. Ich hab letztes Jahr Rückrunde gestanden. Ähm, Kegas Offenbach. Ja. Lautern. Hoffenheim 2. Hehehe. 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 Ich mein, hab ich noch getrauscht auf 4 Tore oder was? Hehehe. Hehehe. Worms. Das zählt im Übrigen für beide. Also, er darf jetzt nicht nochmal warm sagen. Eintracht Stadt Allendorf. Mein Gott. Wo hast denn du überall Dore geschossen? Und der Horing. Schade. Da haben wir noch verloren. 3-0. Stimmt. So, damit 2 zu 2. Entscheidende Kategorie. Oh, hä? 11 jüngsten Spieler im aktuellen Kader. Tutaflaffmann. Flo Flick. Jonas Weick. Bene dos Santos. Max Christiansen. Und jetzt wird's schon wieder kritisch. Valmir Soleimani. Timo Königsmann. Wie viel haben wir schon? 6. 5 gibt's noch. Mete Celik. Ari Ferrati. Silas Schwarz. Fuck. Wie viel haben wir jetzt? 2 noch. 2 noch. Ähm. 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 Silas Schwarz war gut. Ist natürlich nix. jetzt. Ich lehne dich schon aus dem Fenster und sag Marco Schuster. Erinnere noch. Din din. Dann kriegen wir beide den Punkt. Dann haben wir beide gewonnen. Streck dich schon. Das war gerade im Übrigen noch zu. Da kommt doch die Flasche. So, eben ist der Kameramann in den Schrank gefallen. Ähm. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Ja, da braucht schon noch einer. Das bringt nix mehr aus dem Konzept. 5. 4. 2. Hofi. Jan Just. Komm. Mann. Ja. Nochmal. Ey, gut gespielt. Gut gespielt, englisch. So, danke. Danke. Es ist so toll, es ist so toll. Ja, guck. Ja, guck. Das ist so toll. Das ist so toll. Das ist so toll. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Vielen Dank.